Die EPU-Plattform First Life lud in die Adria Wien zu einem ganz besonderen Community-Treffen. Also ich finde es immer wieder ganz aufregend und ganz spannend, wie viel Kompetenz und inhaltliche Angebote EPUs haben. Und das war heute Abend sehr schön wieder zu sehen. Und das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn die EPUs untereinander dann davon Gebrauch machen.